Willkommen zurück zu der Drarry Fan Fiction. Wir starten direkt mit Kapitel 2. Viel Spaß! Kapitel 2 Weihnachten war furchtbar. Fred war allgegenwärtig, obwohl er nicht da war. Weil er nicht da war. Miss Weasley hatte keine bunten Pullover gestrickt und Harry hatte nie vorher gedacht, dass sie ihm fehlen würden. George verabschiedete sich früh in sein Zimmer. Harry hatte ihn lange Zeit vorher nicht gesehen. Er hatte nicht mehr viel mit dem alten George gemeinsam. Er war hager, blass, hatte tiefe Ringe unter den Augen und manchmal starrte er blickleer und flackernd in die Luft und Harry fragte sich, ob er genauso aussah, wenn er sich erinnerte. Es brachte sie alle dazu, sich beklommen zu fühlen und ein Teil der Familie atmete ziemlich offensichtlich auf, als George in sein Zimmer ging. Ted Looping krähte einmal müde auf und Andromeda Tong schaukelte ihn auf ihrem Schoß, damit er nicht weiter das betretene Schweigen stören konnte. Am Ende sagte Ron, Ich werde mit der Schule aufhören. Was? Molly fuhr auf und Ted wimmerte wieder auf Andromedas Schoß. Harry war leidlich überrascht, als Ron erzählte, dass er das schon mit Termine besprochen hatte. Er wollte George helfen, Weasleys zauberhafte Zauberscherze wieder zu eröffnen. Molly ablaste, während er redete, und am Ende wischte sie sich Tränen aus den Augenwinkeln und klammerte eine Hand um die Tischkante. Ron ging zu ihr und küsste sie auf die Wange. Schon in Ordnung, Mom, murmelte er, obwohl alle im Raum merkten, dass überhaupt nichts in Ordnung war. Ron machte ansteiten, George zu folgen und nach oben zu gehen. Aber er wandte sich noch einmal um und Harry fing einen Blick auf. Ron sah eigenartig aus, ein bisschen beklommen und irgendwie schuldbewusst. Sorry, Harry. Er ist mein Bruder. Harry verstand nicht, wofür er sich entschuldigte, aber trotzdem nickte er und sah ihm nach, wie er aus dem Wohnzimmer verschwand und die Treppe hochstieg. Andromeda stand mit Ted auf dem Arm auf, aber als er trotz Müdigkeit quengelte, stellte sie ihn vorsichtig auf die Füße und gab ihm eine Hand, weil er ohne noch nicht laufen konnte. Wir gehen auch mal, Molly. Er ist todmüde. Sie legte Ted eine Hand auf die braunen Haare. Molly nickte und stand auf. Schön, dass ihr hier wart. Ich dachte mir, dass Harry sich freuen würde, den Kleinen zu sehen. Nicht wahr, mein Lieber? Harry fing einen warmen Blick auf, aber ignorierte ihn und stand auf. Andromeda, sagte er, und der Name schmeckte fremd und ungelenkt auf seiner Zunge. Er hatte sie nie zuvor angesprochen. Ja? Sie sah ein bisschen ehrfürchtig aus und fing Ted mit der zweiten Hand auf, als er aus dem Gleichgewicht kam. Sie setzte ihn wieder auf ihre Hüfte. Hast du irgendwas von Mrs. Malfoy gehört? Immerhin war Narcissa Malfoys Andromedas Schwester. Harry spürte die Blicke aller Weasleys auf sich und Andromedas Blick flackerte unruhig, zweifellos nervös, weil ausgerechnet er sich nach den Malfoys erkundigte. Erklärend fügte er hinzu, Mrs. Malfoy hat mir während der Schlacht das Leben gerettet, indem sie Voldemort belogen hat. Andromedas Augen weiteten sich. Harry verschwieg, dass das nur ein Teil der Erklärung war. Der andere Teil war, dass er sich nicht mehr miserabel gefühlt hatte, seit er das Bild von Malfoy in seiner Zelle gesehen hatte. Nicht einmal jetzt an Weihnachten, wo Teds Gesicht, das Gesicht seines Patensohns, befangen zu ihm hoch sah, ohne jegliches Wiedererkennen in den braunen, runden Augen, weil Harry sich noch nie darum bemüht hatte, dass Ted ihn kennenlernte. Jetzt streckte er unwillkürlich eine Hand aus und berührte seine Wange. Die Haut war weich und warm und Ted stieß einen Wimmern aus und klammerte sich Andromedas Hals. Harry ließ ihn los und schob die Hände in die Hosentaschen. Andromeda fuhr mit einer Hand Teds Rücken entlang und zuckte beklommen mit den Achseln. Er kennt dich noch nicht und manchmal fremdeln sie in dem Alter schon. Er hat viel durchgemacht. Im Moment hatte er es nicht so mit Menschen. Sie klang entschuldigend, aber Harry winkte ab. Schon okay. Hast du was von ihr gehört, Mrs. Malfoy? Oh, sagte Andromeda und rückte Ted auf ihre Hüfte zurecht. Nein. Seit sie nach Azkaban gekommen ist, besteht natürlich nicht die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Harry nickte und wandte sich ab. Was für eine dumme Frage, dachte er und fuhr sich durchs Haar. Es gab keine Möglichkeit, etwas über die Malfoys herauszufinden, außer er kümmerte sich selbst darum. Er hätte es wirklich auf die richtige Art und Weise versucht. Hermine wäre stolz auf ihn, dachte Harry grimmig, während er Kingsleys Antwort las. Er konnte Azkaban keinen Besuch abstatten. Das war einfach nicht möglich und zu gefährlich. Du hast viel durchgemacht, Harry. Das würden die Dementoren spüren und es gnadenlos ausnutzen. Kurz flackerte der unstete Gedanke durch Harrys Kopf, dass es Malfoy nicht sehr viel anders erging. Für ihn war der Krieg sicherlich auch kein Zuckerschlecken gewesen. Und außerdem war er ein viel größerer Feigling als Harry, deshalb hatten es die Dementoren auf ihn ganz sicher abgesehen. Harry schmeckte bittere Galle und fasste in diesem Moment einen Entschluss. Er schwor sich, wenn er seine UTZs gemacht hatte und ins Ministerium ging, um Auro zu werden, würde er dafür sorgen, dass die Dementoren als Wärter von Azkaban ein für alle Mal abgeschafft wurden. Sie waren grausame Geschöpfe, sie gehörten nicht in eine friedliche Welt, fand er. Eine neue Aufgabe, dachte er da plötzlich und stutzte und rieb sich über den Nacken. Vielleicht gab es doch noch andere Dinge für ihn zu erledigen und vielleicht gehörte ausgerechnet Draco Malfoy dazu. Drei Tage nachdem er nach Weihnachten nach Hogwarts zurückgekehrt war, war Harry äußerst verdutzt, als er in McGonagalls Büro bestellt wurde. Professor Pinnegar, der neue Professor für Zaubertränke, teilte es ihm beim Mittagessen mit. Harry machte sich auf den Weg und klopfte wenig später an die Bürotür. Angenehme Wärme schlug ihm entgegen und er murmelte eine Begrüßung und blieb unschlüssig an der Tür stehen. McGonagall war nicht alleine. Mr. Potter, ich hoffe, Sie hatten angenehme Weihnachten bei den Weasleys? Nicht besonders angenehm, antwortete Harry abwesend und musterte die dunkelhaarige Hexe, die in einem Sessel vor McGonagalls Schreibtisch saß und ihn über die Schulter hinweg ansah. Er erinnerte sich an sie. Hestia Jones war im Phönix-Orden. Sie hatte die Dursleys vor Harrys 17. Geburtstag vorläufig an einem sicheren Ort versteckt. Wie schön, Sie wiederzusehen, Mr. Potter, sagte sie wohlwollend und mit einem tiefen Senken ihres Kopfs. Harry nickte und schaute zwischen beiden hin und her. Gibt es ein Problem? Oh, nein, nein, sagte Mrs. Jones freundlich und schüttelte den Kopf. Ich bin beruflich hier. Ich soll nur etwas holen. Im Ministerium in der Abteilung für magische Strafverfolgung wird schon eine ganze Weile Mr. Draco Malfoys Zauberstab gesucht. Nun hat der Minister persönlich darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihn Sie zögerte. Aufbewahren? Es klang mir eine Frage und McGonagall setzte nach. Ich hielt es für sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet Sie mehr Fuß Zauberstab haben. Doch, ich habe ihn. Aber ich dachte, er ist nur noch ein halbes Jahr in Asker geworden. Ich wollte ihn mir selbst zurückgeben. Hestia Jones lächelte weich. Nun ja, Mr. Potter. Die Zauberstäbe der Gefangenen werden immer im Ministerium aufbewahrt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Sie sah freundlich aus und Harry schoss der Gedanke durch den Kopf, dass sie eine ziemlich gute Lehrerin geworden wäre. Die meisten Zauberer, die aus Askerbahn zurückkehren, können auf keinen Fall auf der Stelle ihren Zauberstab zurücknehmen. Sie sind durcheinander. Viele reden wirres Zeug, die anderen reden gar nicht mehr. Es könnten zu viele Unfälle passieren. Mindestens ein Jahr nach ihrem Askerbahn-Aufenthalt verbringen die allermeisten zunächst im St. Mungos, bevor sie Sie meinen wie in der Irrenanstalt. platzte Harry heraus und schaute zwischen zwei Fragen Gesichtern hin und her. Verzeihung, aber ich weiß nicht, was... Sie meinen, Sie werden verrückt, oder? fragte Harry ruhiger und schaute zu McGonagall. Ich dachte, Malfoy kann nach dem Jahr zurückkehren und seinen Schulabschluss nachholen. So hieß es in der Verhandlung. Nun, begann McGonagall, aber Hestia Jones unterbrach sie. Das ist theoretisch auch vollkommen richtig, Mr. Potter. Sollte nach gründlicher Beuprüfung durch das Ministerium dazu in der Lage sein... Aber das ist er niemals. ...fuhr Harry sie an und rieb sich unwillkürlich über die Brust, als sich seine Eigengeweide schmerzhaft zusammenzogen. Erstaunt merkte er, dass er sich miserabel fühlte, weil er Malfoy nicht geholfen hatte und nicht entschlossener gewesen war, als er für ihn ausgesagt hatte. Er hatte sich mit dem Urteil einfach abgefunden, aber eigentlich fand er sich nie mit irgendetwas ab und auf einmal wunderte er sich über sich selber. Ich meine, das ist Malfoy. Er wird durchdrehen. Er schaute zu Professor McGonagall, aber sie verzog keine Miene. Er schaute zurück zu Hestia Jones. Sie lächelte. Umso wichtiger ist es, dass sie uns seinen Zauberstab übergeben, damit wir ihn sicher für ihn aufbewahren können. Wer weiß, wohin es ihn nach der Schule verschlägt. Sie zwinkerte, so als würde sie eine ganz normale Unterhaltung mit einem ganz normalen Teenager führen, der nach der Schule ein neues Leben anfing. Harry fluchte und stürmte aus dem Büro. Wenn sie Malfoys Zauberstab haben wollten, mussten sie ihn sich schon gewaltsam holen. Am nächsten Morgen erreicht ihn eine Eule. Sie war von Kingsley. Selbstverständlich kannst du auch weiterhin Malfoys Zauberstab behalten. Wenn er irgendwann und nach gründlicher Überprüfung wieder in der Lage dazu ist, zu zaubern, kann er sich einfach einen neuen besorgen. Ich wusste nicht, dass es dir wichtig ist. Es klang so, als würde Harry ihn aus Trotz heraus behalten wollen, eben weil es Malfoy war, als würde das eine Genugtun für ihn sein oder eine Trophäe aus dem Krieg. Harry musste würgen, weil es ihn so sehr anwiderte. Gedanken verloren streifte er nur ein paar Tage später durch den Korridor Richtung Astronomieturm. Hermine war noch im Skiurlaub mit ihren Eltern und Harry war erstaunt, wie sehr er sich wünschte, dass sie hier war, nur um ihn abzulenken, um ihm sanft in die Rippen zu stoßen und zu ermahnen, wenn sein Blick in die Erinnerungen abdriftete, um ihm irgendeine Aufgabe zu geben, irgendwas, nur damit er nicht auf dumme Ideen kam. Aber Hermine war nicht da und so ging Harry weiter Richtung Astronomieturm. Im Schloss war es ruhig und eigenartig hell, weil draußen die Sonne schien und metertiefer Schnee lag, der im Licht glänzte und etwas von dem Licht ins Schloss abgab. Harrys Atem malte Wolken in die Luft, weil es selbst hinter den Mauern klirrend kalt war. Er kam an der Wendeltreppe an, die auf den Turm führte und betrat die erste Stufe. Er ging sie langsam nach oben, ein kräftiger Windstoß ließ ihn frösteln und er zog den Schal bis übers Kinn. Auf dem Turm angekommen, half der Schal auch nicht mehr viel. Harry stemmte sich gegen den eiskalten Wind und vergrub die Hände tief in seiner Zaubererrobe. Er ging bis zum Rand des Turms, spähte hinunter, der Sturm oder etwas anderes ließ ihm die Haare zu Berge stehen, als er sich daran erinnerte, wie Dumbledore von eben diesem Turm gestürzt war, den Mund zu einem stummen O geöffnet, nachdem grünes Licht an seine Brust gebärstet war. Harry schorderte, machte einen Schritt zurück und blinzelt, um die Erinnerung zu vertreiben. Dann zog er seinen Zauberstab und zögerte. Er konnte den Zauberstab mitnehmen. Er hatte ihn schon einmal während eines Flugs in den Krallen festgehalten, nur um es auszuprobieren, aber das würde seine Tarnung gefährden und in seiner Animagus-Gestalt konnte er ihn ohnehin nicht gebrauchen. Aber ohne Zauberstab nach Azkaban zu fliegen, kam ihm irgendwie dumm vor. Dumm und mutig, dachte er, und dann runzelte er die Stirn, legte den Zauberstab weg und stellte sich wieder an den Rand des Turms. Die Verwandlung ging ihm mit etwas Übung leichter von der Hand als erwartet. Er brauchte nur eine oder zwei Minuten Vorbereitung, in der er seinen Geist lehrte. Seit er wusste, dass dieses flatternde Gefühl zwischen seinen Rippen die ersten Anzeichen der Verwandlung waren, in den Animagus-Büchern hatte er nichts darüber gefunden, ließe er es zu und aus dem Flattern wurde ein regelmäßiges Schlagen, das sich anfühlt, als würde es sein Herz berühren und es verändern. Das Gefühl war nicht schmerzhaft, aber unglaublich ungewohnt. Es erinnerte Harry an seine Parier-Erfahrung, wenn die sanften Schläge, die wie Flügelschläge waren, seinen Nabel erreichten, war es wie ein milder Ruck, der durch seinen Körper ging. Harry kreischte, als er die Augen aufschlug, seine Flügel spannte und sich vom Astronomieturm stürzte. Das erste Mal seit langem fühlte er sich wieder wie Harry Potter, weil es kaum etwas Normales in seinem Leben gab, als dumm und mutig zu sein. Er brauchte über eine Woche, um Azkaban zu finden. Die Küste zu erreichen, gelang ihm innerhalb von zwei Tagen. Danach hatte er fünf Tage lang im wahrsten Sinne des Wortes das Meer durchkämmt. Eisiger Wind und peitschender Regen hat in seinen Kräften gezehrt und jetzt hockte er auf einem Steinfels nahe der Küste und putzte sein Gefieder, um es wieder wasserabweisend zu machen, weil einige Spritzer von aufgewühlten Wellen ihn erreichten. Zwei Möwen saßen ein Stück tiefer auf demselben Felsen und starrten zu ihm hoch. Ihre Köpfe bewegten sich ruckartig und unruhig, während sie auf einer Muschel herumhackten, die sich offensichtlich nicht öffnen ließ. Harry kreischt und bewegte sich auf dem Fels auf sie zu. Seine Krallen fanden trotzdem sturmsicheren Halt in dem bizarren dunklen Stein und er kreischte noch einmal, während er näher ging. Die Möwen waren etwas kleiner als er und als er einmal bedrohlich seine Flügel ausbreitete, flog einer von beiden bereits hoch und fing an, über dem Fels zu kreisen, scheinbar auf den Gefährten wartend. Die zweite Möwe hatte den Kopf schiefgelegt und trat von einem Füßchen aufs andere. Harry faltete die Flügel wieder ein und ging näher. Die Möwe kreischt und bewegte den Schnabel in seine Richtung. Instinktiv stieg Harry einen halben Meter in die Luft, um ihr auszuweichen und landete hinter ihr. In Sekunden schneller hatte er die Muschel im Schnabel und stieß sich vom Felsen ab. Er flog zu einem zweiten Felsen, der näher an der Küste ebenfalls aus dem Meer ragte und klopfte die Muschel so lange auf eine Ecke des Steins, bis sie sich öffnete. Er pickte das Fleisch aus dem Inneren hinaus und schlang es gierig hinunter. Er hatte seit Tagen nichts gegessen, aber er merkte, dass das Animagus-Buch recht gehabt hatte. Krähen waren wirklich zäh. Er legte den Kopf in den Nacken und schaute die Stallküste entlang nach oben. Die Festung von Azkaban war düster und irgendwie beeindruckend, und Harry glaubte, ein paar Schatten von Dementoren zu erkennen, die darüber schwebten. Er spürte noch nichts von ihrer Anwesenheit. Vielleicht ein wenig von der Klammen Kälte, aber kalt war es ohnehin und Klamm vom Meer, deshalb konnte er es nicht genau auseinanderhalten. Er klackerte mit dem Schnabel, während er nachdachte. Das war eine dumme Angewohnheit, und schließlich hüpfte er entschlossen auf die höchste Stelle des Felsens zum Losfliegen. Der Wind trieb ihn erst einmal zwei Meter zur Seite, bis er sein Gleichgewicht wiedergefunden hatte und dagegen anfliegen konnte. Er hatte länger als nötig gebraucht, um Azkaban zu finden, weil er wegen des Sturms über dem Meer immer wieder von seinem Kurs abgekommen war, aber inzwischen hatte er sich daran gewöhnt. Er flog die Steilküste entlang nach oben. Eine Schar Artgenossen stoben auseinander, als sie ihn ankommen sahen, krechzten und kreisten um ihn herum. Harry ignorierte sie und klackerte nur einmal bedrohlich mit dem Schnabel, weil eine ihm zu nahe kam. Sie kreischte empört und flog wieder weg. Während Harry höher stieg, an der Festung ankam und sie schließlich auf eine Turmzinne niederließ. Die vertraute Kälte breitete sich in ihm aus und er schauerte und machte sich bereit dazu, wieder wegzufliegen. Aber dann hielt er inne, als es bei dem kalten Gefühl blieb und er weder den Schrei seiner Mutter hörte, noch die leblosen Augen Dumbledores oder der Schatten von Sirius, wie er durch den Vorhang fiel, in seinem Kopf erschienen. Stattdessen erinnerte er sich, dass Sirius ihm einmal erzählt hatte, wie er aus Azkaban hatte fliehen können, in seine Animagus gesteilt, weil ihm die Dementoren so wenige anhaben konnten. Wenn das also tatsächlich auf alle Animagie zutraf, zögern stieß Harry sich von der Zinne ab, schwebte mit ausgebreiteten Flügeln an der Festung entlang, wieder ein kleines Stück tiefer, weil er dort ein Fenster gesehen hatte. Es war kein Fenster, durch das ein Mensch passen würde, es war ein Spalt in der Burgmauer, etwas mehr als eine Handbreit, und Harry passte in seiner Krehengestalt genau hinein. Er setzte sich auf den Fenstersims, seine Krallen machten schabernde Geräusche auf dem feuchten Stein, als er auf dem breiten Sims nach vorne ging, um nach unten schauen zu können. Er erstarrte, als sein Blick auf weißblonde Haare fiel, abstrakt leuchtend in der Dunkelheit der Zelle und halb verborgen von der Kapuze eines modrigen Umhangs. Vier Meter unter ihm kauerte Malfoy reglos in der hinteren Ecke, genau da, wo sie ihn fotografiert hatten, und Harry fragte sich unwillkürlich, ob er überhaupt noch am Leben war, und mit dem Anflug eines schrecklichen Schauderns wollte er nach ihm rufen. Aber statt Malfoy drang nur ein verzweifelt fragendes Kreischen aus seinem Schnabel, das irgendwie durchdringender war als sonst. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder mit Kapitel Nummer 3. Ein großes Dank geht natürlich auch wieder an alle SprecherInnen, die mitgesprochen haben. Ihr findet dazu alles unten in der Infobox, wer was gesprochen hat und die entsprechenden Verlinkungen. Also bis nächste Woche Dienstag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.